Aufgeladen für Cruyff, heute muss er kommen, heute muss er kommen, komm mit meinem Team Cruyff, Junge. Forever Young, wäre ich mal lieber Sänger geworden, dann wäre ich jetzt schon erreicht. 91 Beschleunigung, 88 Geschwindigkeit, boah, der kann ja alles spielen, alter Schwede ist der stark, alter Schwede ist der stark, er ist MS, der kann HS, der kann LA, LMF, RA, alter Schwede ey, what, Joker und Double Touch, let's go, let's go my friends, Morrison Traum, Grealish Traum, Ballkontrolle, Dribbling Traum, 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 auch ein Double Touch, Er kann den Double Touch sogar, den schnellen, den Neymar spielt, oh, Grealish, boah, Grealish, Son und Dilifu, kommt jetzt in mein Team, alter. Ja und Son ist super sub, das ist das geile, Son ist super sub, so ich mache es so Leute, ich gucke erste Ziehung hin, wir werden jetzt nicht tausendmal ins Glücksrad her, können wir auch gar nicht mehr, erste Ziehung gucke ich hin, zweite Ziehung gucke ich weg, dritte Ziehung gucke ich hin. Ich will einfach die 5 Sterne blinken sehen und feiern, RockPlanet, du verfolgst mich so oft und ich habe immer nackt und jetzt werden wir das Glück heraus und dann kommen wir in mein Team, jetzt 5 Sterne, dann kommen wir in mein Team und feiern jetzt, jetzt geht es mal aus hier, update the of old school, dort ist doch, Evo gestützt rein, wo ist da der 5 Sterne Player Leute, man, 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 es ist mir zu ruhig hier, wir gehen nach England, wie ist es, 5 Sterne England, wie ist es? Booooooom. Son, komm in mein Team. Let's go, my friends. Let's go, Alter. Ich hab's gesagt. RockPlanet, wo bist du, Junge? Wo bist du? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das geht nicht. Wie kann man so viel Lack haben im Leben? Das glaube ich nicht. Das ist unbelievable, Alter. Das ist unbelievable, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, gekocht schon wieder am Christus, die Leute. Ohne Fassbar, ich muss mir den kaufen, du bekommst immer die ich nicht bekomme. Champion! 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 Ich bin Champion! Ich bin Konami Partner, Mann. Ich bin Konami Partner. Let's go Konami immer Sponsor, Sponsor, Sponsor. Let's go. Der geht bis 96 Standard, 96 Standard. Jetzt passt auf. Level Max. Guckt euch diese Werte an. 98 Tackling, Aggressivität 98 Leute, Sprungkraft 92, 96 Defensiv und 92er Wert. Alter, was sind das für Werte Leute? Er ist im Kopf aber noch 85. Was sind das denn bitte für krasse Werte? Mit 72 natürlich nicht der schnellste, klar. Aber das ist ja unnormal. Physikaler Kontakt 87 Leute. Das ist schon ein heftiger Typ. Das ist schon ein heftiger Typ. Das muss man ganz klar sagen. Was haben die anderen? Die müssen einfach zu eFootball24 einen Transfermarkt reinhauen. Ich sag wie es ist. Die können nicht immer auf dieser Schiene fahren. Das geht nicht. Das ist so einfach. Great Alph. Jetzt kommt er. Genau. EFo Hype und dieser Pfeil in den Chat. Jetzt kommt er. Genau. Guten Appetit. Danke. Alles auf die Tastatur gekrümelt. Ich fass das nicht. Schön frisch. Schön frisch. Schaut lecker aus. Ja. Ich zeig's nochmal. Freddy mit Gif getzappt Junge. Fünf Sterne. Puyol komm her mein Team. Ich hab's dir gesagt. Es ist die kommende mein Team. Freddy Feine alter Kuchen komm ins Stream. Puyol komm her Junge. Puyol komm her mein Team. Puyol komm her mein Team. Was ist hier los? Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich Alter. Jetzt noch einen Greenish fünf Sterne komm in mein Team. Let's go. Fünf mal. Fünf mal. Oh, endliche Liga. Oh, was? Nein. Greenish komm in mein Team. Das kann ich mal sagen. Greenish komm in mein Team. Let's go. Pech da gibts nur bei Chris Cross, ich zieh euch noch ne Icon alter, ich zieh euch noch ne Icon, ich sag euch es ist alter, der Kuchen ist es, der Kuchen ist es, das ist unglaublich alter, vielleicht gibt auch noch nen 10er, das ist unglaublich Jungs alter, das ist unglaublich alter, das gibts nicht, RockPanit, was ist da los, was ist da los, was ist da los, was hast du denn, hey Leute, das gibts nicht, wie kann man so viel Luck haben im Leben, das glaub ich nicht, ich feier das, ich hatte wirklich viel Luck in meiner PES und EFootball Laufbahn, aber das hatte ich noch nicht alter, was ich hab noch einen, alter ich hab noch nen Player of the Week, hab ich erst 2, alter Dillefaux jetzt noch alter, Kavachana mit Dillefaux und dann alle gezogen was geht, das wär wirklich episch, kannst du auch noch einen for free 5 spielen, ja das kann ich auch noch, das mach ich aber auf jeden Fall am Wochenende und dann haben wir Montag den im Update Monday Stream, Dillefaux sieht auch pervers aus von den Werten her, bis auf Abschluss eventuell, ja, ich finde den auch interessant, sag ich dir was ist, ich finde diesen Dillefaux auch interessant, eigentlich will ich Dillefaux haben, denn wollen wir jetzt noch Dillefaux callen, ich call Dillefaux, Dillefaux, jetzt das wär heftig man alter, das wär episch ey, nochmal 5 Sterne wär episch alter, aber ich glaub niemals dran, Let's go, Dillefaux, komm mit meinem Team, let's go, 5 Sterne Junge, komm Junge, gib ihn, wo spielt er überhaupt, wir gehen nach Italien, 5 Sterne, das gibt's nicht, das gibt's jetzt nicht, Wo bester Content YouTube Video kommt, ey Leute, das gibt's nicht, wie kann man so viel Lack haben im Leben, das glaub ich nicht, ich feier das, Das glaub ich jetzt nicht, Jungs, ich hab ihn wieder gecallt, es sind die 3 besten Player, Koinami will nicht, dass du FIFA spielst, die haben mich gesehen, Partner, 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 ich bin Twitch Partner, das ist das, das nicht, ich bin sprachlos alter, Hopp, Jungs, hast du das gesehen, die 3 besten Player, das kann doch nicht wahr sein, Deulefaux, bester Mann, sagt Rio, vielen, vielen Dank für deine 100 Bits nochmal, das ist ja Wahnsinn, das gab's ja noch nie, Joker auch noch, hängende Spitze, dann spielen wir hinten als HS, ne, Beschleunigung 91, Geschwindigkeit 88, geiler Player, Alter, darauf freu ich mich jetzt, Boah, ich seh schon R9, ich trick sie, ohne Scheiß, wenn ich gleich noch die FIFA Packs öffne, ich sag dir, wie es ist, ne, ich zieh heute die Icon, Alter, so viel Lack kann kein Mensch haben, Alter, Das kannst du keinem erzählen, was hier heute passiert ist, ey, Das kann, mit 6 Euro zieh ich Puyol, Dann zieh ich hier alle Guten, die besten Player und Players of the Week, was ist hier los, What's going on, my friends, The best players and players of the week, I don't know what's happening here, Let's go, let's go, Gönn, Lockhart oder so, Deutscher Spieler, Woah, Toni Kroos, Woah, Ja, Kroos gezogen, What, Oh, Oh, Alter, geil, GG, Toni, komm in mein Team, den Spiel nicht, Kann ich nicht in meinem Team, der haut den Teamgeist weg, Aber geil für ne deutsche Mannschaft, ne deutsche Mannschaft mal zu bauen, Alter, Mega, ich sag doch, heute ist Lucktime, ey, Toni, komm in mein Team, cool, Perfekte SBC Futter, klasse, Klasse, Toni, Alter, sauber, mein stärkster Spieler, den ich jetzt gezogen habe, was ein lucky Junge, Ey, Belanda, mein stärkster Spieler, den ich bis jetzt gezogen habe, Toni Kroos, 88, Ganz ehrlich, ich hab, ich hab wirklich bei den großen Leuten, Eli und sonst was geguckt, ne, Die haben den 88er Toni bekommen, nach wahrscheinlich 3000 Euro, Alter, Warum kein Walkout? Ja, warum ist ein 88er Toni kein Walkout, das verstehe ich auch nicht, wo sind die Fieberleute? Warum ist den 88er Toni kein Walkout, Alter? Der ist leider nicht spielbar, warum nicht spielbar, Alter? Den werde ich gute Pässe durchstecken mit Toni. Das ist geil, da geh ich schon mal zufrieden schlafen, Toni, Alter! Musik 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 Musik